Hallo, hier ist Martin von MoneyMonkeys, das ist die DAX-Analyse für nun Dienstag, den 26. Oktober 2021 und unser DAX sitzt hier fleißig mit Raketen angeschnallt im Körbchen, den muss man nur noch richtig anschubst und irgendwie will er nicht raus, halt, ne, also da ist nicht viel passiert, muss man schon sagen, das ist schon der Beflach, das ist wirklich fast eher wie eine Verkeilung und kleine Verstopfung, aber ich sag mal, wir haben auch lange keine Montage mehr gesehen, die oben rausgegangen sind, also wenn ich mich so erinnere, zumindestens wenn die Freitage vorher relativ stabil geblieben sind, die Montage, die immer richtig rausgeknallt haben oben, das waren immer die, wo der Freitag halt so richtig weggeknattert war, von daher sei es ihm verziehen, dass er hier vielleicht leichte Startschwierigkeiten hat, aber am Sonntag sollte dann jetzt auch schon ein bisschen mehr kommen, ne, also hier jetzt nochmal so 20, 30 Punkte hoch, dann macht er sich wieder zu anfällig unten, wirklich harte dynamische Breitseite zu kriegen, wenn oben einfach keine Kaufdynamik entfalten kann, weil wenn da nicht gekauft wird, auf neuen Hochs, auf neuen Tageswochen, Monatshochs, dann zeigt das ja irgendwo auch eine gewisse Zurückhaltung der Käufer, und das ist charttechnisch betrachtet und letztendlich betrachten wir mit dem Chart immer das Verhältnis von Käufern und Verkäufern, wie sie aufeinanderschlagen, ne, also wer zeigt mehr Dominanz, wer hat die Hosen an, das versuchen wir mit Chartanalyse zu erkennen und wenn wir dann sehen, okay, die Käufer halten sich weiterhin zurück, dann wird es nicht mehr lange dauern, bis die Verkäufer wieder ihre Chance nutzen und dann da unten wieder hier so in die Richtung nach unten durchknattern. Ich finde es jetzt ein bisschen schade, dass er zum Montag nach oben rausgegangen ist, weil das natürlich jetzt für den, ich sag mal, wir haben jetzt noch vier Tage im Oktober, das wird für die Monatskerze im Oktober jetzt ganz schön sportlich dann noch was an der aktuellen Situation zu ändern, so wie sie jetzt momentan drin steht, und sollte sie so drin bestehen, wie sie aktuell drin steht, nimmt sie natürlich der Septemberkerze volle, volle Fahrt die Butter vom Brot, also die Septemberkerze hat jetzt ziemlich tief geschlossen, wenn wir den Oktober mal sehen, wo der begonnen hat, hier hat die Septemberkerze geschlossen, um 15, 200 rum, sind irgendwo reingekommen, hier oben, ne, also das ist eine richtig fette rote Kerze geworden, von da nach da, ja, von hier oben nach hier unten, fette Monatskerze, und die hat er jetzt schon fast wieder komplett aufgestockt, ne, müsste jetzt nur noch, ja, das sind keine, keine, keine 200 Punkte, na ja, doch, es sind noch 200 Punkte etwa, aber, ja, würde der DAX so schließen, wäre das halt schon fast ein Konter, ne, dann müsste man davon ausgehen, dass der Donnerstag, äh, der Donnerstag, der November, und der, ähm, Dezember dann auch weiter hochschieben, wir gucken auch gleich noch am Tagesschau, das verdeutlicht sich das noch ein bisschen, aber wir bleiben jetzt erstmal auf der Ebene, auf jeden Fall, die 6,30 ist eines der Ziele gewesen, das ist eines der nächsten Ziele auf der oberen Etage, das wurde jetzt erstmal erreicht, darüber ist jetzt die 6,70 wichtig, ich sag mal, Montage, die nach oben treiben, ähm, die ziehen oft auch noch zum Dienstag neue hoch, das ist hinterher, ähm, Turnaround Tuesday hin oder her, ne, der klappt eigentlich immer besser, wenn der DAX vorher gefallen ist, ähm, der kann vorkommen, sieht man aber relativ selten in der Kombination, und meist schiebt es den Dienstag dann eben dem, dem Montag hinterher, wenn der Montag positiv verlaufen ist, ne, deswegen, ähm, kann das sein, dass, deswegen sagte ich auch, dass, das, wir verzeihen ihm das mal, dass er nicht so viel Tempo aufgebaut hat, wenn er den nämlich jetzt zum Dienstag noch bringt, und ich sag mal, der springt jetzt an die 7,80 hoch, dann bleibt er voll im bullischen Bild halt, ne, also total, ähm, dann bestätigt er das sogar noch, und, 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 oder schreibt das, und, und, und knallt da noch ein Brand, Brandzeichen drauf auf die Kiste, ähm, sollte der jetzt aber zum Dienstag da auch nicht weiterkommen, also dann, glaube ich, kriegen wir Mittwoch, Donnerstag nochmal richtig, 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 richtig nach unten, ein bisschen Spaß, Spannung und pur, sowas in die Richtung, ne, also von daher, wir sind hoch, wir sind über der 600, das war wichtig, wir hatten drüber gesprochen, er könne nochmal runter auf 5,20, ne, hat mal gesagt, alles so über 5,20 ist ja dann positiv, dreht er sich auch von 5,20 nochmal hoch, dann wäre es positiv, die 5,20 hat er nach Nacht erreicht, äh, in dem Sinne hat er jetzt nichts getriggert, was ihm nach unten gegeben hätte, die Pfeile hatte ich gestern vergessen zu zeichnen, die habe ich unmittelbar, nachdem ich das Video eingesprochen habe, gezeichnet, das heißt, die, die die geschriebene Analyse gelesen haben, die haben die Pfeile schon gesehen, ähm, oder auch über Trading View, je nachdem, wo man es halt geschaut hat hier, und, ähm, wir haben jetzt niemanden Nachteil gebracht, wenn man sie denn auch nicht gesehen hat, äh, die hatte ich gestern gesetzt, die bleiben wir jetzt damit wirksam, ne, ne, wir haben durchaus eine Chance, jetzt hier hoch 6,70 noch zu erreichen zum Dienstag, und die 7,25 bis 7,40, das ist für mich dann schon so eine erste kleine, ähm, Zone, wo der DAX sich wirklich beweisen muss, da kommen nämlich ganz viele, ähm, Projektionsziele an, ne, auch aus der Bewegungswelle, aus der, ähm, so dass man sagen könnte, hier wären jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Bewegungswellen dann in der Zone, 7,25, 7,40 fertig, und dann könnte sich von dort eigentlich ein schöner Turnaround schieben, wie gesagt, man sieht das nicht so oft im Dienstag, da muss man wirklich ein bisschen aufpassen, die, 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 also ich kenne Dienstag eher mehr im Sinne von der DAX steigt 30, 40, 50, 60 Punkte, dann zuckt der irgendwie nach unten, man denkt, der macht Turnaround, kontert alles aus, macht aber nicht, macht bloß so einen blöden Rücklauf, und dann macht er am Abend wieder neue Tagessuch, das ist auch sehr typisch im DAX für einen Dienstag, ähm, wenn er, wenn er oben rausarbeitet, ne, unten raus, das ist was anderes, da funktioniert ein Turnaround viel besser, äh, oben raus, das ist so immer ein ganz schöner, ein ganz schöner Krampf halt, ne, und, ähm, der kommt immer so schön, dann manchmal sogar über den Mittag so schön wieder zurück, ne, aus dieser Morgenbewegung, so schön wieder zurück, und dann kommen die Amerikaner und schieben wieder auf Tageshoch, ähm, von daher, Turnaround ein bisschen im Kopf behalten, aber trotzdem, ich sag mal, wenn er einen Rücksetzer liefert, und ihr seht, der flacht ab, beispielsweise, der erreicht 6,70, früh gleich, und der kommt dann über den Mittag zurück, und ihr seht aber, ne, so richtig Wumms ist da nicht dahinter, und der stabilisiert sich dann wieder auf einer 6,30, oder vielleicht auch auf einer 6,10, und dreht dann wieder hoch, also dann muss man davon ausgehen, dass die zum Tagesende dann auch noch weiter hochdrücken, und dann wäre eben so der Bereich um 7,25 bis 7,40, das, das wäre, das ist für mich eine interessante Zone, die ich mir hier gut vorstellen kann. Das auf der Oberseite, ähm, wenn unser DAX stark performt, unterseitig würde ich ihm, wenn er direkt nach unten durchrotet, ähm, möchte ich ihn eigentlich gar nicht unter der 6,10, das fände ich schon ein bisschen zu negativ, aber, ähm, ich sag mal, eine 5,60 nochmal von oben anzuditschen, in einem frühen Vormittagstief, und dann sich nach hinten auskontern, ähm, das wäre auch durchaus eine Option, ja, aber ich würde, also eigentlich würde ich sehen, dass der jetzt nach oben, aber der hat die 600 getriggert, ne, wir haben jetzt hier die 600 erstmalig erreicht, haben uns beim letzten neuen Hoch ziemlich dumm angestellt, und wenn er jetzt wieder nach unten wegzieht, dann haben wir hier eine Verkeilung drin, halt, ne, und dann bricht hier ein Aufwärtstrend, und ich glaube, dann bleibt es nicht bloß bei 5,60, drückt er dann am Dienstagnachmittag noch, noch, noch die tiefsten nach, wenn er schon am Vormittag hier runter geht, ähm, dann, dann steht er auch schnell wieder hier im Bereich um 4,60. Ja, also, das wäre für mich schon Pflicht, für die bullischen Varianten, dass er über der 15.600 bleibt. Und damit haben wir ein ziemlich klares Bild, auch wenn viele, ähm, ich, also ich habe manchmal den Eindruck, viele folgen dann nicht mehr, wenn die, wenn es zu viele Marken sind, also, wenn ihr das einfacher betrachten wollt für euch, dann sagt euch einfach, 15.600, drüber aufwärts, Richtung 15.670, dort ging wäre eine Art Richtung 15.725, 40, und buff, das ist es. Und unter 15.600 eben Platz bis 15.55. Fände ich komisch, wenn wir sie sehen, weil der hat eigentlich nach oben angezwickert. Also, theoretisch müsst ihr jetzt aufwärtsgebt kommen und rein in die nächsten Ziele, ähm, sei das gleich eine 6.70 oder sei das gleich eine 7.25, 7, ähm, 40, übertreibt es vollkommen, ballert da gnadenlos durch, dann 7.80, 9.00, 9.40, die großen alten Stationen, ne? Ähm, aber ich würde mich auf die, die Bereiche hier konzentrieren und hier unten genau hingucken, auf der 6.10, 600 und hier unten um die 65. Ja, das sind so für mich die wichtigen Marken. Wir gucken noch kurz zum Tagesschatz, hatten wir für uns angerissen, und da sehen wir halt auch, grüne Tageskerze aus dem Trend raus, die erste überhaupt, und wenn er das, so was jetzt stehen kann, ähm, macht er sich natürlich jetzt oben auch Luft, ne? Also, das ist ein Abwärtstrendbruch und, ähm, ist jetzt in diesem Sinne positiv zu werten und wenn er jetzt noch das Band nach oben aufgedreht kriegt, das liegt momentan im Bereich um 15.700, ne, wäre das ziemlich positiv. Haut er uns zum Dienstag, hier oben jetzt, sage ich mal, ein Hoch an die 7.25, 7.40 und schließt dann aber bei 5.80, na, dann wird es schmacko, schmacko, die letzten Oktober-Tage. Dann wird das richtig lecker nochmal, mit sogar Chance bis zu 200-Tag-Linie, aber das muss er erst mal hinkriegen. Momentan sieht das ganz stabil aus, die Amerikaner sind auch gut drauf, die kaufen, was das Zeug hält oder zumindestens Tesla und von daher Gesamtmarktstimmung eher positiv, ja, und, ähm, ja, da muss man schon sagen, hat sich unser Tag schon ein bisschen doof angestellt, ne? Der hat nicht viel geschafft, der hat wirklich nicht viel geschafft. Ist jetzt aber erst mal nicht schlimm, wenn zum Dienstag eben noch was nachkommt, kommt zum Dienstag nichts nach, wir fallen unter 600 zurück, wisst ihr auch Bescheid, ähm, dann kriegt ihr halt mal einen auf die. Pff, Outsa. Also, ich wünsche euch Spaß, viel Erfolg zum Dienstag, gutes Klingen und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss.